Und damit herzlich Willkommen zurück zu Let's Blade of the Island Und wir waren hier bei einem Film von Idioten stehen geblieben Und wenn man tönt... Ja... Da ist es... Und... Der hat zentiert hier Na komm schon, hoch mit dir Na... Nein... Oh, das ist so ein... 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 Ich glaube, dass ich da nicht mehr bin Komm So, ich überprüfe ganz kurz die Aufnahmequalität So, jetzt erstmal herzlich willkommen zurück Ja, eben war der Ingame-Sound noch um einiges zu laut Ich habe jetzt auch ein neues Headset Darum ist die ganze Kalibrierung Also, nein, die ganze Einstellung Ein klein wenig Fail Beziehungsweise ist die ganze Einstellung noch so ein bisschen am Haken Und, ja, ich bin jetzt auch irgendwie Versuche ich die bestmögliche Qualität rauszuholen Und das ist alles nicht so einfach Und hier holen wir uns erstmal das Geld Und hast du noch was dabei? Nee, ähm, gut Ich werde jetzt einfach nochmal eine Qualität hochstellen Von der Aufnahme Also meine Sprachqualität Und werde dann nochmal gucken Äh, wie sich das anhört Mit höherer Qualität Bis gleich So, damit bin ich eigentlich soweit erstmal zufrieden Und wir gehen hier jetzt weiter Oh, okay Da, notlandet wohl ein Flugzeug Und ich sehe hier noch weitere Zombies Da ist er Ich habe vergessen, wie ich die Taschenabahn mache Ah, so Okay, okay, okay Ich habe es gewusst Ich habe es gewusst Ich habe dich doch gehört Nee, das nicht, aber Ich habe es geahnt So Hier Bad, nee, da gehe ich noch nicht rein Weil die Zombies von sich aus Machen ja noch keinen Keine Türen offen Komm mal her So, das hätten wir Können wir hier interagieren? Nee Ach, fuck Der ist nach da hinweg gewandert Ah, da kommt dann Also blöd sind die irgendwie nicht so wirklich Habe ich das Gefühl Na Was ist hier noch los? Da What the Okay, das Äh, war's Elektroschrott Noch ein Energy Drink wäre hier Mal gucken So Ach, das wirkt Als sei meine Taschenlampe leer Schade Kann man hier irgendwie Licht anmachen? Ja, Energy brauche ich nicht Hier ist nochmal ein Mülleimer Wühlen wir nochmal im Mülleimer rum Nägel Okay, okay, okay Öffnen So, einen Zombie haben wir noch Der über uns ist Ähm Hier waren wir noch nicht dran So, was ist hier los? Okay Der war schon tot Wie Wie es scheint Metallschrott Okay Dass er auch immer direkt Dass er direkt weiß, wie die Preise dafür sind Genial So, mal ganz kurz gucken Ah ja Dachte ich's mir doch Ähm Und sein Inventar ist nicht mehr richtig Aufgefüllt Da kommen Biesenstühle da hin So Ich weiß nicht Bei der letzten Aufnahme fehlen mir ein paar Minütchen Das Liegt ganz einfach da dran Ähm Dass meine Festplatte vollgelaufen ist Und ich das nicht bemerkt habe So So, was ist hier los? What the? Da What? What the? Alter Fick dich Man ey Was macht ihr mir denn? Ich bin da Angst Rechte Maustaste Hört doch an Auf mir Angst zu machen Fällt du Du auch So, erstmal What the? Hast du davon? Geh sterben Laufend Tote Okay So Tauchmesser brauche ich eigentlich nicht Weil wir Spezialist für Stumpfe Waffen sind und Die ganzen Sachen uns eigentlich nichts bringen So Ein Energy Drink Gehen wir uns noch rein Okay Die ist Diet So Was haben wir hier? Nichts 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 Okay So Hier noch ein Kollege Ich wusste es Ich habe es doch Du hast schon so geguckt Kontakt Kontaktieren Okay Okay Sie sind bald da Ah Zwischensequenz Okay Ja Unsere Freunde Sind da vom Strand aus Allerdings Habe ich immer Wenn ich Habe ich auch mal reden Gut Ähm Ja mittlerweile Also ich habe immer Wenn das Wenn mein Computer so lädt Habe ich so ein Knacken auf den Ohren Ich hoffe das hört man nachher nicht Es gibt immer noch viel zu tun Viele Leute hier brauchen Hilfe Gehen sie mit ihnen und sehen was sie tun können Okay Leute haben dich gefragt Sie suchen Hilfe Lass sie runter Sehen was sie brauchen Gut Wir sollen jetzt die Leute hier befragen Ob sie Hilfe brauchen Und Kriegen dadurch neue Quests Und ich würde sagen Ich tue mal einen auf Quest Sammler Und gehe direkt los Und Red erst mal alle Leute an hier Und dann können wir eine Quest nach der nächsten abarbeiten So Paddel Bringt uns nicht viel Obwohl das ist heil Ne Also So So kurzer Schnitt Aber es geht direkt weiter So Hier hätten wir zum Beispiel Was denn Fick dich selber Ja sicher Okay Okay What the hell Alright Excellent You bring it back as soon as you can Kein Problem Kein Problem Wir machen einfach so viele Missionen Oder Quests wie möglich Denn Die sind die Äh das sind die Quellen für Experience Nicht irgendwelche Zombies töten Sondern Ja So Und das Kabel Meines Headset Nervt mich gerade Richtig Oh Das ist so ein widerspenstiges Kabel Äh nein Stoffkabel Also Kabel mit Stoffumzug Für die Qualität natürlich sehr Gut Aber Mann Sorry Leute Ich muss einmal ganz kurz hier Mich um das Kabel kümmern So So Jetzt 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 Überprüfe ich nochmal die Aufnahme Weil Nicht dass ich nachher Äh Schon wieder 10 Stunden lang Mit zu Lautem In-Game-Sound Aufnehme Bis gleich So Ich sag immer so Wenn es los geht Wenn es weiter geht Ist mir gerade aufgefallen Als ich die Aufnahmen durchgeschaut hab Und ich hab's eben schon wieder hinbekommen Und wir gehen hier erstmal an die Werkbank An die Werkbank So Den Baseballschläger Den reparieren wir natürlich Jawoll Ähm Die Messer nicht Den Baseballschläger So Ich meine Wir haben ja das Geld Eigentlich So Yeah Baseballschläger So Was hast du Um nichts zu erzählen Das Baby Neut'e neue Sparkplugs Oder sie Nichts Geht Nichts Schade Das ist ein Schade Ein Battalion Das Bedarf Das Baby Darf So So If you can find me A few necessary parts From any nearby wrecked cars And we get this ride rolling I'll let you take her out Anytime you want Deal Yes, Baby! I'ma try! Excellent! You locate those parts. You know where to find me. I heard this Scourge came from out of space. The power-lose Flansch, Streitkolben, I don't know. So, Alkohol, can I have? So, I don't need any Bolzen. Deodorant, Draht, Elektroschrott. So Oh, ich weiß nicht Fünfmal Klebeband werden wir kaum brauchen Ja, Seife werden wir auch nicht brauchen Telefon auch nicht Oleander werden wir auch nicht brauchen Telefon nicht Und Wasser, kannst du auch haben Zitronensaft, scheiß drauf Obwohl wir das eigentlich auch alles mitnehmen könnten Weil ich gerade sehe, dass die überhaupt kein Gewicht nehmen Naja, ist ja auch egal Achso Sehr schlauer Schachzug meinerseits Also hier ist ein Händler, mit dem kann man handeln, habt ihr ja gesehen So, was haben wir hier noch Eine Frau Hey, Mann, kannst du mir helfen? Hey, erinnere mich, Mann Ich bin der Doktor, aber ich kann nichts ohne Medikamenten Die Tür zu der Infernung ist von der anderen Seite und Anne ist in kritischer Kondition Du denkst, du kannst mich helfen, die blöde Sache zu verbrechen? Ja Ja, klar, Mann Oh, ich will doch schon wieder ein Gottverdammt, ein Zombie-Recheln Komm her What the Wo kamst du her? Ja, komm her Komm 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 Ach, hier Hier bin ich sicher, Fully What the Ist doch gut jetzt Gib Ruhe Verdammt So, das war's Was haben wir hier? Nix Holzbrett Nice Nice, Mann Verbände Ja, die lassen wir hier, weil er braucht hier Stacheldraht So Good on you, mate Now, let me get to work Kein Problem Ach, Fikrini Okay, von ihm What a bloody disaster Nothing here at all, is there We need